Herzlich Willkommen zurück bei Hitman Absolution und in der letzten Folge haben wir ja in der Bibliothek der Leichen ein paar Kopfs umgebracht und die anschließend dann sauber und ordentlich verstaut. Und jetzt müssen wir hier runter. Au, das hat wir getan. Und ich glaube nicht, dass umsonst dieser Part hier, Run for your life, heißt Schüsse. Der schießt ja schon. Boah, Alter. Boah, ich sehe nichts. Gummis Willen. Lala. Die Musik im Hintergrund, Alter, voll Metal-mäßig. Du siehst mich gar nicht. Looooooow. Warms. Schöne Rolle. Und wir sind glaube ich erstmal sicher, wir haben immer unsere Klaviersäte noch nicht. Der Verdächtige läuft in ihre Richtung. Ach, ist das so. Scheiße, da ist der Helikopter. Ähm. Ähm. Komm mal her. Ja. Ja, ich bleib doch stehen. Okay, du hasst mich nicht. Ganz ruhig, Kollege. Dir passiert auch nichts. Können wir den hier irgendwo hinschleifen? Lalalalalala. Lalalalalala. Können wir den hier nirgends runterschmeißen? Hier müssten wir den doch runterschmeißen können. Ähm. Okay. Wir ziehen uns mal nochmal kurz um. Ich glaube, wir sind eh enttarnt. Wir gehen mal kurz wieder in Deckung. So. Auf der Lüftungsschacht und rein da. Solange bis es sicher ist. Bleib ich mal hier drin. Dieser Helikopter, ne? Der pisst mich ja richtig an. Fällt doch gar nicht auf, wenn ich hier mit dem Feuerzeug im Lüftungsschacht lieg. Aber irgendwie hat der Helikopter uns immer noch gefunden. Das ist ja nicht so geil. Heb das Feuerzeug hoch. Yeah. Heb das Feuerzeug hoch. Yeah. Feuerzeug hoch. Feuer, Feuer hoch. Hey, hey, hey. Okay. Das Dumme ist, der Helikopter sieht uns halt. Ist halt nicht so geil. Schnell rüber. Und nochmal rüber. So, als leise da rein, Freunde. Leise da rein. So. Oh, wo sind wir denn hier? Peace. Shangri-La? Ahaha, fuck right here, Alter. Shangri-La. Geil. Bloß, dass in Shangri-La viel schöner ist, als in dieser Bruchbude hier zu sein. Jetzt war die Polizei... Alter, was ist mit ihm los? Wo geht er hin? Ja, dem bringt es jetzt auch nicht mehr, das, äh, das Marihuana hier ins Klo zu stopfen. Die sind ganz einfach aufgeflogen. Aber ich nehme erst mal die erste Hilfe. Wow, das hätte ich jetzt nicht... Wow. Bemerkt, dass die leer sein soll. Okay, die suchen immer noch nach uns. Geil, die haben hier ein Messer rumliegen. Läuft doch. Scheiße. Ich kann nicht lange unentdeckt bleiben. Der Aufzug ist mein Weg hier raus. Können wir da vielleicht rein? Die Pflanzen verbergen sie, wenn sie sich nicht bewegen. Bleiben sie unten und ruhig. Kann ich da jetzt durch? Ihr seht mich gar nicht. Ihr seht mich gar nicht. Hey, die sehen mich ja echt nicht. Ich geh schnell hier durch. Ja, ein Kontrollpunkt. Kommt mir gerade recht. So, hier haben wir noch zwei Bullen. Was? Lass mich. Ach so, mit dem Messer laufen also Kinder auch schon rum. Wenn er zu uns sagt, wir sollen erwachsen werden. Er soll mal sein Maul nicht so weit aufreißen. Sonst kriegt er gleich ein Messer ins Gesicht. Wo müssen wir denn hin? Boah, überall Kops. Das gibt's ja gar nicht. Okay, die zwei gehen da lang. Oh, was ist denn hier? Ein anderer Körb. Hey, hattest du schon mal ein Messer im Gesicht? Weiß ich gar nicht, ob das stimmt. So. Den können wir doch höchstwahrscheinlich. So, jetzt muss man das Messer nehmen. Höchstwahrscheinlich hier reinwerfen, oder? Juhu, der kann jetzt erstmal ein schönes Dampfbad nehmen. So. Vermisst keiner. Was ich aber vermisse, ist meine Klavierseite. Die wär mir schon echt wichtig. Da ist ein Korb drin. Oh, was haben wir denn da drin? Jo. Aber die wirst du leider nicht mehr mitkriegen, Kumpel. So, den schmeißen wir auch nochmal in das Wasser da rein. Ich entsorge hier gerade nochmal den Müll und dann passt wieder alles. So. Na, komm mal her. Das Wasser könnte sich leicht rot verfärben, ist aber nicht weiter schlimm. So, was können wir jetzt mit dem Safe machen? Versperrt. Wahrscheinlich haben die Mieter in der Nähe Listen oder Aufzeichnungen. Und wo wären die dann, die Mieter? Ich meine ja nur... Ich will ja den ja jetzt nicht umsonst getötet haben. Da vorne ist der Schrank zum Verstecken. Die Lage erfordert ein Ablenkungsmanöver. Aber... Fuck. Okay. Ja, dann suchen wir jetzt mal die Mieter. Oh. Da haben wir noch was. Was haben wir hier noch? Hä? Na. Ich renne trotzdem nicht. Wir müssen da nochmal kurz rein. Ist da eine Liste? Ja, Notizbuch. Wie können wir das jetzt aufmachen? Nein. Nein. F1 vielleicht? Auf dem Notebook? Ich habe den Waffenhändler unterschätzt und bezahle nun dafür. Ich muss raus. Die Straße erreichen. Mich bedeckt halten. In der Menge untertauchen. Das Netz der Polizei wird enger. Das kann ich verstehen. Die Polizei umgehen. Ich hab's reingeschafft, aber die Polizei rückt näher. Muss Bewohnern und Polizeipatrouillen aus dem Weg gehen und den Aufzug finden. Wenn ich nicht schnell genug die Straße erreiche, sitze ich in der Falle. Haben wir jetzt hier das Notizbuch? Ja. 4, 7, 3, 2. Okay. 4, 7, 3, 2 also. Wo ist der Safe da? 4, 7, 3, 2. So. Na also. C4? Geil. Ich glaube, das soll unser Ablenkungsmanöver sein. Ich weiß es nicht. Hier für euch. Wo ist es hingerollt? Na komm her, du. Ins Gesicht. Lass den Scheiß. Das bringt doch nicht. Nein. Vollschätzt hast du. So. So schnell aufzugrufen. Können wir unser Messerlein noch mitnehmen? Ich schätze jetzt einfach mal, dass das unser Ablenkungsmanöver war, das C4. Ich weiß es ja nicht. Aber es sind nur zwei gestorben, obwohl es C4 genau daneben lag. Missing. Da wird wohl ein alter, kleiner Mann vermisst. Der uns aber nicht sonderlich interessieren sollte. Wo geht's denn jetzt hin? Jetzt müssen wir ja eigentlich erst mal ins Erdgeschoss kommen, soweit ich das gedacht habe. Oder mir gedacht habe. Überall Polizisten. Scheiße. Und wir haben keine Klavierseite. Oder ein Elektrokabel. Ausgang finden. Ach du Scheiße. Was steht denn da alles rum? Die wollen wir glaube ich nicht auf uns hetzen, ne? Jetzt schaue ich erst mal. Haben wir noch irgendwas hier? Oh. Eine Schere. Na, sieh mal einer an. Ein guter... Ein guter... Ähm... Ein gutes Mittel schon mal. Für den Anfang. Da kommt ein Korb. Ähm. Hallo. Ich muss sie kurz befragen. Okay, die Befragung ist beendet. So, der kommt hier gleich noch rein. So. Kommt hier noch einer? Haben wir noch was Wichtiges? Ja, außer die Pistole. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die brauchen unbedingt. Haben wir hier noch was Wichtiges? Nein. Kommt hier jemand hergelaufen? Da drüben ist noch so ein... Das hole ich mir jetzt noch. Ein Metallrohr. Ich gehe doch mal raus, ne? Tschüss, Leute. So, Ausgang gefunden. Und jetzt müssen wir wohin? Zugsignale wieder einschalten. Okay. Setzen sie Steuerung Instinkt in Klammern ein, um die Menge zu erkennen, die sie verbirgt. Okay, Polizisten über... Wir müssen also da oben in das Führerhäuschen. Oh, was haben wir hier? Hey, darf ich da nicht hin? Doch. Boah, wenn da jetzt ein Zug kommt, ne? Wow! Floppt der da einfach auf, der Zug? So, rein da. Können wir hier irgendwie hoch? Ja, eine Leiter. Sehr schön. Hier ist... Ist da jemand drin? Sorry. Das muss sein. So. Der kommt hier nochmal schnell rein. Kontrollpunkt. Und jetzt werden wir da erstmal das Zugssignal auf Gleis B umleiten, ne? Damit wir eine Fluchtmethode haben. Gehen sie auf Plattform B und warten sie auf den nächsten Zug. Ist hier ein Korb? Hier ist ein Korb, ne? Scheiße. Fuck, der hat uns im Visier... Im Blick... Scheiße! Okay. Dann probiere ich das mal wieder andersrum. Woo! Sliden wir hier schön die Rutschrunde, ne? Und dann... Wieder raus... Und hier entlang. Hier brettert bestimmt einfach ein Zug wieder vorbei. Der ploppt einfach auf. Ah, scheiße. Wir müssen darüber. Ah, ich bin so schlau. Fuck, 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 fuck. Okay, jetzt nochmal kurz zurück. Freunde. Das war jetzt eine dumme Idee gerade von mir. Ich entschuldige mich dafür. Aber das... Muss man ja auch mal irgendwie testen. Okay, wir verbrauchen jetzt nun zum ersten Mal, ja? Das kann man sich gar nicht vorstellen. Zum ersten Mal Instinkt. Weil wir uns an der Wache da vorbeimogeln müssen, ne? Die da oben steht. In diesem Pavillon, sozusagen. Hier noch ein Kaffee. Alter, wie groß sind die Kaffeebecher? Ich sehe so groß wie meine Hand. Was ist denn da los? Ah, okay, der ist jetzt abgelenkt. Nein, 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 nein. Du siehst mich gar nicht. Lass mich einfach in Ruhe. So. Wir haben es geschafft, Freunde. Und da unten sind weitere Cops. Plattform B wird genau beobachtet. Das Timing ist entscheidend. Okay. Der Zug trifft in 60 Sekunden ein. Und so lange müssen wir uns verdeckt halten. Nein, ich wollte... ...nur normalen Instinkt benutzen. Okay, wir warten einfach hier. Scheiße, da kommt ein Kopf. Zug trifft in 45 Sekunden ein. Geh einfach weiter. Wir bleiben einfach so stehen jetzt, bis der Zug kommt. Wie er schaut... Wie er schaut... Hallo. 30 Sekunden noch. Hallo. Ich bin der Klaus. Und wer bist du? Ich bin der Klaus. Ich bin der Hitman. Und ich bin die Beuse. Oder die Beate. Ja, hier ist die Beate. Und der Klaus. Ja, hallo Klaus. Hallo Beate. Bisschen Smalltalk gefährlich? Nein. 15 Sekunden, Freunde. Scheiße, scheiße, scheiße. Hör auf, mich anzuleuchten. Ich mag das nicht. Hör auf. Scheiße, der ist genau hinter uns. Wo ist der Zug? Da kommt der Zug. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön und stopp. Wir sind VIP. Wir gehen da jetzt einfach rein, ja. Und der Zug fährt ohne uns los. Äh, nicht ohne uns. Ohne die ganzen Passagiere. Die wollen alle einsteigen. Aber nein. Wir sind allein im Zug. Wir sind einfach VIP-Style rein, ja. Und ich labere ja schon wieder so viel. Tja, und das war Run for your life. Renn um dein Leben. Aber ich glaube noch nicht, dass die Folge jetzt vorbei sein wird. Aber ich bin jetzt erst mal still. Sie hatten recht. Der Waffenhändler ist hinter Victoria her. Ich muss ihn aufhalten, bevor er hier zur Lage kommt. Mann, das ist er schon längst. Wenn Sie mein Rad rollen, schnappen Sie sich die Kleine und hauen sie ab. Nein. Weglaufen war noch nie mein Ding. Zwei Tage zuvor. Meine Quellen sagen, dass das Mädchen in Chicago ist. Ich fahre mit den Jungs hin. Ich möchte, dass Sie die Operation leiten. Wie sieht's aus? Wait. Bin ich taub. Ich soll mir irgend so eine Kleine schnappen. Ihr Name ist Victoria. Dom wird Ihnen noch sagen, wo sie zu finden ist. Die versteckt sich irgendwo. Alles klar? Irre viel Aufwand für so eine Kleine ist bestimmt was Besonderes. Ich brauche dazu meine Jungs. Das heißt doppeltes Honorar. Lenny soll mitgehen. Er bringt sie mir, wenn Sie sie haben. Was? Dieser Schlappschwanz? Dreifaches Honorar. Nein, der ist unmöglich. Was ist das für ein Dreckschwein? Unser nächstes Opfer? Ich weiß es nicht. Komm schon, Schlappschwanz. Schlappschwanz Lenny. Wer schon mal Outlast gespielt hat. Sofort, Freunde. Erst noch mal den Dialog anhören. Wer Outlast gespielt hat. Ja, ganz kurz noch. Der denkt auch, das ist doch der Dr. Wernicke, oder? Also dieser Wade. Ach, der Wichsenklapper noch. Ah, okay. Der ist ja echt Wichsenklapper. Los, anders geschrieben. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er ihr Mädchen im Waisenhaus findet. Woher wissen Sie das? Ich weiß, was Chicago weiß. Das gilt aber auch für Dom. Schicken Sie mir ein Foto von ihm. Part 1. Hunter and Hunted Jäger und Gejagte Roxy Zellers Pumping the Volumesigns 1983 Das hört sich irgendwie so falsch an. Wie ist er 47 da runtergekommen? Bestimmt einfach eine Bauchlandung gemacht, stört ihn ja nicht. Hof. Zum Wichsenklub gehen. Und da... Willst du vielleicht wieder Geld haben? Oder ist da auch Kaffee drin in deiner Flasche? Ja, ja, labber du mal deinen Schaufskaster weiter. So, Instinkt wieder einsetzen, da mit einem Metallrohr. Aber da bleibe ich erstmal bei der Flasche. Okay, da hinten müssen wir hin. Mich würde es nicht wundern, wenn die... ...Polizei hier ermitteln würde. Okay, da ist auch ein Bulle. Ich denke, wir haben unser erstes Opfer gefunden. Na. Pssst. Mann, ich wollte noch das Gespräch anhören, du. Mann, 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 Mann. Ich wollte mir gerade das Gespräch anhören. Schon läuft der los und labert weiter. Ich habe gedacht, der bleibt da stehen. Geht das jetzt? Nicht schon wieder. 47, komm, zieh dich mal schneller um. Nicht so böse schauen. Ist doch ein toller Tag. In der Gosse zum ersten Mal. Ist doch schön. Boah, was ist denn das hier für ein Altar? Alles vermisste. Und das Schlimme ist, es sind immer dieselben Menschen. Das Kind wird vermisst. Das gleiche Kind wird dort nochmal vermisst. Da auch, da auch, da auch. Ja, 47, ziehst du dich jetzt auch mal um, oder wie sehe ich das? Oh, schaut den euch mal an. Also nicht 47, sondern den Polizisten. Hey. Mann, 47. Sorry, Freunde, aber das passiert irgendwie auch mal. Manchmal hat er einfach keine Lust, sich umzuziehen. Das ist ganz normal. Wer kennt das nicht vom Shoppen, ne? 47 hat immer noch seinen Anzug an. Anzug an. Er hat noch immer seinen Anzug an. Anzug an. Und jetzt haben wir ihn. Auch schon in den Müll geworfen. Unseren schönen Kollegen hier. Und haben endlich seine Uniform an. Ist ja toll. Haben wir... Oh. Selbstmord wollte hier einer begehen. Wieso können wir die Waffe nicht nehmen? Wir können die Waffe nicht nehmen. Ist ja schade. Naja, dann geht's jetzt erstmal hier weiter. So, können wir hier noch was? Der kommt doch jetzt nicht hinter uns her, oder? Der stellt sich genau neben uns. Was ist das denn? Nein. Können wir... Wir können ihn einfach nicht erdrosseln. Ja, komm doch hoch. Ja, kommst du jetzt vielleicht her? So. Muss kurz nochmal den hier nehmen. Hey, warum... Er packt ihn halt nicht. Naja. Noch ein bisschen loswerden. Kann nicht schaden. Auf jeden Fall. So. Hier rein damit. Und mit dem anderen auch. Damit wir noch ein paar Pluspünktchen bekommen. Ja, ich parke hier die Leiche, ja? Do not park. Ich habe jetzt die Leiche geparkt. Das finde ich ein ganz harter... Typ. Wohin jetzt? Hier ist ein Lüftungsschacht. Jo. Immer der bessere Weg, einen Lüftungsschacht zu benutzen. Hier liegen wir mal... Sind die es jetzt? Ne, ist es dreckig. Ich habe jetzt gedacht, das sind Pillen oder so. Ist es sicher? Denk ja schon. Wir probieren es, Freunde. Können wir hier auch hoch. So. Wir sind oben. So. Die werden da alle schön untersucht. Ich habe gar nichts gemacht. Die gehen einfach nicht weg. Oh. Voll ein Headshot gegeben. Ja, das ist schon blöd. Ne, wenn man einen kassiert. Hier ist doch was. Weiß ich nicht, aber es hört nicht auf. Ich sehe mir das mal an. Wo wir... Komm her. Komm her. Na, komm doch her. Ja, ich bin hier, aber du musst zu mir kommen. Ja, eigentlich nicht weggehen, aber zu mir kommen wir ganz nett. Okay, ich glaube, wir kommen hier nicht weiter. Wir gehen mal zurück. Nein. Runter. So. Rein da und zurück. Hier wieder raus. So. Und jetzt hier hoch. Jetzt müssen wir auf der anderen Seite rauskommen. Wenn Sie kann, ist da genommen. Wo müssen wir hin? Dahinter. Schnell hier rüber. Du siehst mich gar nicht. So. Der hat uns auch nicht gesehen. Sehr schön. Ausgang erreicht. Nur noch Schloss knacken und dann durch. So. Rein da. Oh. Dom Osmond finden. Und das, meine lieben Freunde, werden wir erst in der nächsten Folge von Let's Play Hitman Absolution erledigen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst auch eine Bewertung da, wie euch das Let's Play gefallen hat oder halt auch nicht gefallen hat. Oder das Video. Allgemein das Let's Play. Einfach so so einen groben Grundriss mir geben. So einen Funken, wie ihr das findet. Und dann sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder. Tschau. Euer Alice Hedeberg. Mal wieder. Der Wixen Club.